Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Dahlia Bambimo 3 in 1 Kinderwagen. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Kinderwagen für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Kinderwagen unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Worauf solltest du bei der Auswahl eines Kinderwagens eigentlich achten? Hier gebe ich dir nochmal ein paar nützliche Tipps mit an die Hand. Die Sicherheit ist ohne Frage der wichtigste Aspekt. Denn wenn du deinen kleinen Käfer spazieren führst, ist es super wichtig, dass er sicher und gut aufgehoben im Kinderwagen ist. Deswegen würde ich dir keineswegs empfehlen, den günstigsten Kinderwagen auf der Welt zu kaufen, weil du hier wirklich am falschen Ende sparst. Es sollte schon ein solides Modell sein. Was diesen Kinderwagen hier anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du einen funktionalen, gut ausgestatteten und vor allem auch sicheren Kinderwagen zu einem fairen Preis erwerben kannst. Machen wir uns nichts vor, der Preis ist immer Geschmackssache. Hier hat jede Familie seine eigenen Vorstellungen, was angemessen ist und was nicht. Glücklicherweise sparen aber die wenigsten Familien bei der Ausstattung ihrer Kinder. Deswegen bin ich auch der Ansicht, sollte man sich einen guten Kinderwagen schon auch etwas kosten lassen. Ja, worüber kann man noch sprechen? Das Design ist auch ein Thema, was man ansprechen kann. Das ist aber auch sehr geschmacksabhängig. Ich finde, das Design ist sehr kindergerecht und auch durchaus sehr schick. Aber das musst du im Endeffekt natürlich selber beurteilen. Hier kann dir wirklich niemand etwas vorschreiben. Das liegt vollkommen in deiner Hand. Wie bereits gesagt, die Sicherheit ist für mich hier echt der wichtigste Aspekt. Auch der Komfort sollte nicht vernachlässigt werden, dass du eben gut schieben kannst. Denn sonst wird ja jeder Ausflug mit dem Nachwuchs sehr nervig und das soll natürlich nicht so sein, sondern sicher, gut, transportierbar und ja. Mir gefällt dieses Modell gut, deswegen kann ich für den Kinderwagen eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zum Kinderwagen werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.